Nächste Runde, Arena. Zwei gute Runden, erste Runde knapp, zweite Runde doch schon dominiert. Es läuft mit dem Krieger, wenn man die Karten hat, ist ganz cool. Leider habe ich sie im Constructed nicht, sonst würde ich den Krieger auch im Constructed spielen. So bleibt mir momentan nur... Priest und... Wie heißt? Mage. Aber es ist eigentlich okay. So, ein Krieger. Äh... Äh... Das könnte ich behalten. Na... Nicht optimal, aber... Okay... Okay, sogar schlecht. Scheiße, ey. Ich habe sowas befürchtet. Fuck, ey. Ich kann erst den Chirundity spielen. Weil die will ich nicht so ohne Waffe spielen. Die ist zwar so auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz okay, aber... Ich kann해주ze, lass mich einfachen. Und es wird dann den Chirundin. Und ich weiß noch nicht, wie ich alle, weil ich will. Verkastet ihr der Bordele III-Diöse habe. Ich habe sowas im Raum zu kennen. Und ich muss mich wiederholen. Ich kann nur noch nicht mehr, weil ich nicht so... Ich kann nur noch nicht, dass wir... Ich glaube, dass wir alle, weil wir zusammenhaben. Und ich kann nur noch nicht hierherstellen. Und ich kann nur keine Chirundin. Ich kann nicht so weit haben, was mir überashaun, Ich kann nur noch nicht. Oh. Unerwartet. Was hat er gemacht? Ich habe nicht hingeguckt. Oh, die haben alle Charged. Okay. 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 Hmm. Oh. 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 Oh, er tradet einfach so, okay. Das wundert mich jetzt. Ich dachte, er legt jetzt nur irgendwas krasses mit Charge. LOL? LOL? Damit hätte er doch nur angreifen können. Und damit auch. Oder er zählt das nur für Beasts? Hm, ich kann den Text nicht lesen. Aber wahrscheinlich alle. Seltsam. Ich würde sagen, ich spiele den hier zuerst. Zu schön mit denen. In der nächsten Runde kann ich das hier benutzen, um den zu zerstören. Oder das, ja. Das ist auch okay. Kassier ich voll viel, aber... Obwohl... Kassier ich richtig viel, ey. Ich kann jetzt noch ein bisschen aufstocken mit dem Leben. Und dann hau ich den hier raus. Oh, shit. Oh, shit. Okay. So... Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Also, ich silenz den, dann kann ich diesen den trainen mit dem den hier und dann habe ich noch eine Waffe und meinen Mercenary. Ich hätte den vorher legen sollen, scheiße. Und ich hätte damit angreifen sollen. Ja. Well played. Daraus kann ich eine 3-3-Einheit machen. Aber ich will vorher noch... Ein paar Sachen ausspielen. Ja. 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 Das war's. Okay. Ja, try this! They are bent to my command! Die, mage! Lufthal, oder? Justice shall prevail. Das ist echt schon scheiße knapp. Ich habe schon seit Ewigkeit nichts mehr gesagt, weil ich bin voll am Arsch. Ich bin der Blatt von den Dinos. Ich bin der Blatt von den Dinos. Ich bin der Blatt von den Dinos. Die, mage! ja jetzt habe ich ihn jetzt zieht ja jede runde nur noch eine karte dann kann ich das nicht mehr trainen das ist ein bisschen scheiße okay wenn er jetzt keine richtig gute karte hat habe ich gewonnen das bessere äh der bessere warrior er greift mich direkt an er versucht ja 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 kommt schon eine dicke waffe oder irgendwas man ich will was ich habe nur gute karten im deck ja mann bringt mir das was bisschen ja doch er hat nichts mehr ich merke das doch auch gegen ein warrior einfach rücksichtslos mein leben opfern scheiß drauf mich mit rüstung vollpumpen und dann mich ein bisschen wieder hochheilen und dann BAM schon habe ich 3 wins fickt euch alle ich habe gewonnen bis zum nächsten mal ja ja ja